Wie schnell eine Woche doch umgeht. Schon wieder Big Flash. Wer hat es denn da in die Tagesschau geschafft? Nein, ich meine nicht Angela Merkel und Martin Schulz, sondern Preußen Preußen mit ihrer Mund-auf-gegen-Armut-Kampagne für One Deutschland. Cool. Wenn MoCost ihr Unternehmen mit einem Bild beschreiben soll, dann sieht das genau so aus. Süß. Gecko Networks ist Sport in der Halle zu langweilig. Da muss schon die Metro in Athen her. In Griechenland finden sie für BlueDesignSale.com Na, habt ihr auch alle die News von Sputnikau verfolgt? Hamburg ist immer eine Reise wert, nicht wahr? Ressourcenmangel macht das mit ihrer Cross-Media-Kampagne für die Hamburg Tourismus GmbH einmal mehr deutlich. Schreibt ihr nur für die Suchmaschine? Schluss damit. Die SEO-Küche verrät, wie es richtig geht. Wichtig dabei, Qualität statt Quantität. Dass der Song Das ist Berlin aus der Feder von Römer Wildberger so ein Erfolg werden würde, das konnte wohl niemand so richtig ahnen. Doch die Kampagne der Berliner Agentur für die Berliner Morgenpost hat aus Werbung Kultur gemacht. Zum Schluss noch die Hashtags der wilden Woche. Hashtag Geeks with Personality. Hashtag Ad of the Day. Und Hashtag Bundestagswahl 2017. Mit einem kräftigen Geht wählen verabschiede ich mich ins Wochenende. Bis nächste Woche. 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 Vielen Dank.